Hallo Leute hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Video zu Call of Duty Black Ops 4 Zombies und dieses Mal gibt es nur ein kleines kurzes Video bevor jetzt eigentlich heute schon das DLC erscheint wahrscheinlich so um 19, 20 Uhr wenn das neue Update startet und auch somit die neue Operation Apocalypse Z startet denn dann wird wahrscheinlich auch für uns die Karte spielbar sein also so 19, 20 Uhr wird das wahrscheinlich wieder sein ist halt immer die Zeit wenn die neuen Updates kommen und jetzt will ich aber nochmal kurz in diesem Video die neuen Trophäen ansprechen denn die gibt es jetzt schon einsehbar und darüber wollte ich kurz dieses Video machen damit ihr schon mal wisst was es für Trophäen jetzt eigentlich ist auf dieser neuen Zombie Karte Alpha Omega geben wird gestern gab es ja schon einen großen Livestream von Twerk wo sie eine Menge darüber geredet haben was es eigentlich in dieser Operation Apocalypse Z alles geben wird also im Blackout gibt es einige Sachen für den Zombie Modus oder vom Zombie Modus und auch im Multiplayer gibt es zwei neue Karten die eben im Zombie Modus Style aufgebaut sind sehen richtig cool aus und natürlich Alpha Omega kommt morgen mit sehr vielen neuen Sachen ich habe darüber gestern im Livestream schon ein bisschen gesprochen und das Ganze ein bisschen analysiert das Ganze geht eine Stunde verlinke ich euch nochmal in den Kommentaren wer da nicht live dabei war beziehungsweise auch nicht das Ganze gesehen hat der kann sich das nochmal anschauen und ich verlinke euch auch nochmal den Blog Post von Twerk in der Beschreibung sowie halt auch den Livestream da steht auch nochmal in diesem Post von Twerk alles drin was uns eben heute Abend erwarten wird also da könnt ihr das Ganze auch nochmal durchlesen ist zwar auf Englisch und da würde ich sagen fangen wir mit der ersten Trophäe mal an und zwar seht ihr die auch hier die heißt elektromagnetische Erweckungsparty ist eine Silbertrophäe Silbertrophäe und hier heißt es starten sie Nikolais großen Plan auf Alpha Omega die einzige Silbertrophäe das heißt das ist das Easter Egg oder die ja für das Haupt Easter Egg die Trophäe dafür und natürlich muss man jetzt anscheinend als Nikolai eben jetzt hier das Easter Egg lösen und natürlich ist Nikolai jetzt die Hauptrolle das wurde im Livestream nochmal gesagt und man hat es auch vorher gewusst Nikolai hat jetzt das Chronorium bekommen und muss jetzt so gesehen unsere Gruppe jetzt durch das Easter Egg führen beziehungsweise ist unser Führer von dieser Gruppe kommen wir danach auch schon zu der nächsten Trophäe die heißt dann Checkpoint Sulu und hier ist es dann überleben sie auf Alpha Omega die ersten 20 Runden ohne den Sicherheitscheckpoint zu verlassen ich denke entweder ist damit wirklich der Anfangsraum gemeint der ist jetzt dieses mal der andere Raum nebendran also vom alten Anfangsraum auf Nuketown Zombies und entweder muss man wirklich diesen Checkpoint einfach diesen Anfangsraum nicht verlassen oder da vielleicht noch ein bisschen weiter herumlaufen auf jeden Fall muss man wirklich in diesem Bereich bleiben also wahrscheinlich sowas wie auf 9 dass man eben in diesem ersten Raum bleiben muss die dritte Trophäe die heißt dann Strahlenbonanza und hier heißt es dann konstruieren sie in ein Spiel auf Alpha Omega alle Strahlenkanonen wir wissen ja schon vorher es gibt vier verschiedene Versionen von dieser Raygun Mark II und man hat auch im Trailer die vier Versionen so in der Art gesehen das hat ein Reddit-User den verlinke ich euch auch in der Beschreibung herausgefunden das Bild seht ihr hier man sieht hier auch schon wirklich diese vier Versionen davon die haben alle verschiedene Farben und haben wahrscheinlich auch verschiedene Effekte so ist es immer gewesen mit diesen Wunderwaffen dass sie verschiedene Effekte haben es gibt sogar eine Akimbo Raygun Mark II auf dieser Karte da bin ich mal gespannt wie diese drauf ist und wie stark diese ist ist auf jeden Fall ziemlich interessant und man muss eben diese ganzen Versionen von dieser Raygun Mark II in ein Spiel gebaut haben um diese Trophäe zu bekommen die nächste Trophäe die heißt dann Fallenfachmann und hier ist es dann schalten sie in einem Spiel auf Alpha Omega 11 Zombies mit fünf verschiedenen Fallen aus ob man jetzt hier verschiedene wirklich verschiedene vom Effekt her Fallen nehmen muss oder fünf verschiedene die irgendwo an anderen Orten sind das ist nicht genau hier erklärlich oder ersichtlich aber es gibt auf jeden Fall anscheinend ziemlich viele Fallen auf dieser Karte fünf Stück an der Zahl auf jeden Fall die nächste Trophäe die heißt dann Nuketown Trouble und hier ist es dann schalten sie die Packer Punch Maschine auf Alpha Omega bis Runde 5 frei man muss wie ich es mir eigentlich auch schon gedacht habe wie bei jeder anderen Karte jetzt auch hier wieder den Packer Punch Automaten erst freischalten und wenn man das bis Runde 5 schafft dann ist es so dass man diese Trophäe bekommt daraufhin kommen wir zu der nächsten Trophäe die heißt dann Ringstrahlen hier ist es dann schalten sie in einem Spiel auf Alpha Omega 115 Zombies mit dem Taser Schlagring aus finde ich ziemlich cool dass der Taser Schlagring wieder zurückgekehrt ist denn in Black Ops 2 hatten wir den ja schon zum Beispiel auf der Karte Transit oder auf der Karte Die Rise und den kann man jetzt auch wieder hier spielen man hat den auch kurz in dem Trailer gesehen das seht ihr auch hier nochmal ist ein bisschen so eine Art Blitz Taser Schlagring entweder kann man den wieder upgraden oder er ist so schon aber ist auf jeden Fall cool dass der auch wieder als Nahkampfwaffe zurückkehrt daraufhin kommen wir zu Trink 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 und hier heißt es dann kaufen sie in Alpha Omega alle 4 Extras in beliebiger Reihenfolge innerhalb von 35 Sekunden muss ich glaube ich auch nicht wirklich viel dazu sagen man muss einfach zu den ganzen 4 Perk Automaten gehen innerhalb von 35 Sekunden und die ganzen Perks kaufen danach total verstrahlt betäuben sie auf Alpha Omega 10 Zombies gleichzeitig mit der Strahlenkanone MK2-5 und das ist nochmal ein bisschen interessanter ich denke mal dass man nicht nur die Raygun zu diesen 4 elementaren Upgrades machen kann sondern auch noch irgendwie zu einem Überupgrade machen kann zu dieser MK2-5 und das ist dann wahrscheinlich die stärkste Wunderwaffe auf dieser Karte danach die vorletzte Trophäe die heißt dann experimenteller Prototyp und hier heißt es dann konstruieren sie auf Alpha Omega eine Strahlenkanone und es wird dann wahrscheinlich auch hier so sein dass man diese Raygun Mark II oder diese Strahlenkanone nicht nur aus der Kiste bekommen kann sondern auch wieder irgendwie bauen muss und dafür erstmal Teile suchen muss ein paar Schritte vielleicht Easter Egg mäßig machen muss und dann bekommt man eben diese Trophäe und ich finde es eigentlich cool dass man auch diese dann irgendwie bauen kann und zuletzt die letzte Trophäe die heißt dann Unentschieden hier heißt es dann schalten sie in einem Spiel auf Alpha Omega 15 Klappergerippe auf den Dächer mit Granaten aus jetzt kann man sich erstmal fragen was sind eigentlich Klappergerippe die Übersetzung ist ein bisschen komisch weil im Englischen heißt das Jolting Jocks oder irgendwie sowas und das sind diese Nova Blitz Crawler die man auch schon im Trailer gesehen hat also in der Englischen ist es ein bisschen ersichtlicher aber das sind eben diese neuen Nova Crawler und die muss man irgendwie auf den Dächern ausschalten mit einer Granate ist wahrscheinlich nicht ganz einfach und das waren jetzt eigentlich auch schon die ganzen Trophäen dazu und wie gesagt heute Abend kommt ja schon die neue Karte heraus und da könnt ihr dann auch gerne auf Twitch vorbeischauen in der Beschreibung findet ihr auch den Link zu meinem Twitch Kanal denn da werde ich dann heute Abend auch streamen für euch mit euch und ein bisschen schon vielleicht das Easter Egg versuchen und die Karte erkundigen wer dabei sein will folgt mir einfach auf Twitch und somit war es das jetzt eigentlich auch schon wieder zu diesem Video ich hoffe natürlich euch hat das Video gefallen und auch weitergeholfen bis zum nächsten Mal euer Reaper